Hier wird man bedient und man kann hier laut Karte online bestellen in den Warenkorb legen und man bekommt mal es geliefert. Kann man einfach so durchblätten, kann man einfach so durchklicken und kann sich die Gerichte anschauen, auf was man Hunger hat. Das ist echt genial. Ein bisschen Kabel zur Vorspeise. Ein bisschen Ding. Und hier kann man das Restaurant. Hier gibt es Salatpizza. Wenn man mag. Und hier wird alles frisch gemacht. Das ist echt so eine geniale Idee. Und die hat 24 Stunden auf. Da haben wir heute Nacht, heute Morgen bis um 3 Uhr, haben wir hier unser Spätmahlzeit sozusagen zu uns genommen. Und man kann sich hier auch noch was aussuchen, wenn man mag. Gibt es im Baganin. Matthias bestellt jetzt im Baganin. Bisschen Käse. Ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz. Fisch. Alles was das Herz bewegt. Ja, wie das sinnvoll ist. Fococino, Bein. Und das ist alles in All-Inklusiv mit dabei. Hier hat man dann die Nachttische. Man kann sich einen Nachttisch laut Karte bestellen. Oder man wird hier einfach über Kleidigkeiten. Die sehen super, super lecker aus. Einfach genial. Und hier, wenn wir Kleinen, wenn die Babys dabei sind, die freuen sich auch. Einfach genial hier. Und 24 Stunden bestellen auch. Und 24 Stunden bestellen auch. Danke. Jan.